Als wär's ein Stück von mir. Von Karl Zuckmeier. 1926 bis 1934. Ein Augenblick gelebt im Paradiese. Wo ist man daheim? Wo man geboren wurde oder wo man zu sterben wünscht? Damals glaubte ich es zu wissen. Glaubte mit einer Stecknadel auf dem Globus den winzigen Punkt geografisch bestimmen zu können, der mir selbst geschaffene, selbsterwählte Heimat war. Und wo ich mein irdisches Dasein auszublenden hoffte. Es war der Ort Hennendorf bei Salzburg. Genau gesagt Haus Wiesmühl. Im Grundbuch Neumarkt-Köstendorf als Fenning Nummer 3 mit anderthalb Joch Land- und Wasserrecht eingetragen. Wenn man mich damals gefragt hätte, wo das Paradies gelegen sei, so hätte ich ohne Zögern geantwortet, in Österreich, 16 Kilometer östlich von Salzburg, an der Reichsstraße, dicht beim Wallersee. Vielleicht erstreckte es sich von da bis in den Talgau und nach Mondsee hinüber, einerseits, und auf der anderen Seite bis gegen das Innenviertel hin, soweit man es halt auf einer Tageswanderung zu Fuß durchmessen kann. Es war keine Stätte der Wunschlosigkeit, doch barg es den Kern des Glücks. Denn die einzige dauerhafte Form irdischer Glückseligkeit liegt im Bewusstsein der Produktivität. Heute arbeite ich in anderer Landschaft wieder an dem gleichen Tisch mit der schweren, langgestreckten Eichenholzplatte, der in meiner Hennendorfer Stube stand, liege nachts im gleichen, bunt bemalten Bauernbett, in dem ich der Wiesenmühlbach so oft in Schlaf sang. Aber wenn man mich fragt, wo ich zu sterben wünsche, so muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir lebten einmal im Paradies. Und es macht keinen Unterschied, ob es zwölfeinhalb Jahre dauerte oder so lange, wie man braucht, um die Augen zu schließen und wieder aufzuschlagen. Als ich nach dem Erfolg des fröhlichen Weinbergs alle meine Schulden bezahlt hatte und von all meinen Freunden angepumpt worden war, hatte ich zu meinem Staunen immer noch Geld. Mehr, als man in der Tasche tragen konnte. Aber der österreichische Dichter Richard Billinger, von dem damals erst ein dünner Band mit berückend schönen Gedichten »Über die Äcker« erschienen war, hatte keines. Er saß in Berlin, hatte alle Vorschuss- und Anleihemöglichkeiten erschöpft und mühte sich mit dramatischen Versuchen. So lud ich ihn ein, den Frühling, es war das Jahr 1926, mit uns auf der Ostseeinsel Hiddensee zu verbringen, wo wir ein kleines Haus in den Dünen gemietet hatten, unweit von Gerhard Hauptmanns damaligem Besitz. In einer stürmischen Nacht, in der ein kalter Seewind brauste und wir uns mit Unmengen von Grog etwas eingeheizt hatten, erzählte Billinger von jener einsam gelegenen Mühle bei Hennendorf im Salzburgischen, die, wie er wusste, leer stand und zu verkaufen war, und zwar durch den Erben und Besitzer des berühmten Hennendorfer Kaspar Moserbräu, eines der ältesten Gasthäuser in Österreich. Er beschrieb die Mühle und ihre Umgebung so poetisch, so verwunschen, so märchenhaft, dass man sie nie danach hätte erkennen, geschweige denn finden können, und alle exakten Angaben, oder, was er dafür hielt, Überlage, Größe, Beschaffenheit, waren restlos falsch. Was er aber erzählte, erregte uns ungeheuer, und je mehr er sprach, desto verlockender schien der Besitz. Meine Frau stammte aus Österreich, und mich zog es vom Meer weg, ins Bauernland, in Wald- und Bergnähe. Auch wusste ich genau, dass Billingers Schilderung, obwohl nichts von seinen Angaben korrekt war, doch im Grunde einer echteren Wirklichkeit entsprach. Nach ein paar weiteren Grocks wusste er sogar den Preis. Er stimmte natürlich auch nicht. Aber mir schien alles vollständig gelöst. Mitten in der Nacht gaben wir ein Telegramm auf, an jenen mir unbekannten Gasthausbesitzer Karl Mayer mit dem Inhalt, Kaufe Wiesmühl, sendet sofort Kontrakt. Am nächsten Tag kam das Antwort-Telegramm. Besser erst anschauen, Mayer Karl. Bei Tageslicht und ohne Grock besehen, schien das auch wirklich vernünftiger zu sein, und so fuhren wir prompt von der Ostsee weg an die Salzach.